Hallo und willkommen zurück zu Half-Life 2. Ihr seid Peroli spielt. Und es geht direkt weiter. Wir werden nämlich glaube ich schon angegriffen hier. Oder ist es unser? Ne, das ist... Die gehört zu uns. Okay, wir schauen mal hin. Hier sind wir daher gekommen. Moment mal, was war denn unsere Aufgabe? Helps. Hier könnten wir unseren Anzug aufladen. Das sollten wir vielleicht auch mal eben machen. Und Barney würde wohl ein bisschen schießen können. Ja, so. Wir haben unseren Anzug aufgeladen. Wichtigste ist schon mal erfüllt. Und wir gucken jetzt mal in Richtung... Ja, wir gehen wahrscheinlich weiter, würde ich mal jetzt so vermuten zumindest. Das sind unsere Leute. Hier sind wir auch hergekommen. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Tage raus aus dem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht mehr so recht, wo wir hergekommen sind. Aber das ist das Komme von hier? Ne, ich glaube nicht hier Torrets. Und Torrets sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht hier waren. Sorry, Doc. Schauen wir mal eben hier durch. Da haben wir noch etwas Lustiges. Nehmt das mal mit. Äh, Leute. Lasst euch von mir nicht ablenken. Ich sehe sie gerade nicht. Ich höre sie nur. Oh. Oh, was ist das denn jetzt? Oh. Was haben die jetzt vor? Okay. Was soll ich jetzt machen? Wir kommen sicher gleich an dem mittleren Fenster und dann... Ah, okay. Da vorne ist so eine Schießanlage. Ja, die habe ich da schon geworfen. Ja, äh, die Dinger sind schon weg. Falls du es nicht gemerkt hast. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen hier. Den noch weg. Warum hält er sich für aus? Den noch. Granate. Okay. Einfach mal drüber rennen. Funktioniert ganz gut. Munitionstechnisch sollten wir uns auch wieder ganz gut ausstatten können. Wobei das alles inzwischen für die andere Waffe ist. Okay. Hier sind wieder so... Da sind die Türme. Jetzt müssen wir ja irgendeine Granaten holen. Warte, wie viele habe ich noch? Ich habe noch vier. Hier liegen noch keine mehr. Lass hier doch rein! Aber ich glaube, Nummer eins haben wir. Der ist noch aktiv. Haben wir getroffen? Nee. Jetzt aber, oder? Der ist immer noch aktiv. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall getroffen. Na, geht doch. So, ein bisschen Health aus, was sie kostet. Und unsere Teammitglieder sind alle weg. Aber da müssen wir wohl halt mit leben. Äh, okay. Moment mal. Ja, nicht irritieren müssen. Okay, einen Generator, den kriegen wir auch noch. Kann man nicht währenddessen die Tür zumachen? Müssen wir hier noch was machen? Irgendwie Computer drücken oder so? Nee. Was ist denn mit dem Tor? Machst du das auf? Na, okay. Dann nicht. Dann suche ich mir meinen eigenen Weg. Okay, geht nicht. Da komme ich nicht durch. Wir schauen mal eben. Ist hier ein Stecker? Ist hier ein Stecker? Ein Kabel dran? Nee. Da ist nichts. Ich dachte schon, dass das Ding aussitzt. Also besonders hilfreich ist er mir im Moment nicht. So, wie steht fest? Wir müssen da drüben hin. Da ist der letzte. Sollen wir hier jetzt drücken? Oder? Ja, ich weiß ja gerade nicht. Habe ich was übersehen? Also ich sehe gerade keine Tür. Und du? Okay, nehmen wir uns mal hier eine Heizung. Die gehen ja immer ganz gut. Ja, wenn Barney nicht im Weg steht zumindest. Einfach mal rüberschießen. Vielleicht interessiert so jemanden. Aber da hinten sehen wir auch gar nichts. Dieses Gedröhne. Können wir hier irgendwas machen? Wir müssen doch irgendwo weiterkommen. Okay, ein paar Granaten liegen hier noch rum. Bin ich gerade echt? Zu doof? Ich verstehe es gerade nicht. Müssen wir jetzt zurückgehen? Können wir uns hier eigentlich noch ein bisschen Munition holen? Müssen wir noch andersrum oder so? Hier rum? Okay. Ah, das macht irgendwie wenig Sinn, aber okay. Da kommen wir nicht runter. Aber hier kommen wir auch nicht rein. Andersrum? Okay. Da haben wir noch Türme. Oh, das Ding wirkt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das wirkt. Mann, da muss was Tolles drin sein, wenn es so verteidigt wird. Wo ist der Doc? Ich glaube, bis du es ausschaltest. Vorsichtig. Ach, er wartet. Das ist aber nett. Okay. Also wir müssen jetzt versuchen, da irgendwie dran vorbeizukommen. So ein Dick sind wir so ein Klettergenie. Okay. Das hört sich jetzt nicht ganz so gut an. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich muss jetzt mal irgendwo hinschießen, wo es mich nicht stört. Okay. Da kommen wir, glaube ich, so nicht durch. Hier kommen wir runter durch. Ich weiß gar nicht, ob uns die Dinger Schaden zufügen. Nee, ne? Wenn die grün sind, fügen die uns keinen Schaden zu. Okay. Dann schauen wir hier jetzt mal weiter. Irgendwie müssen wir ja... Nehmen wir jetzt gerade keinen... Kein Laser, der uns irgendwie überwacht. Dann gibt es eine Munition. Ist nicht ernsthaft. Ich hoffe, da gibt es eine Waffe oder sowas. Ich glaube, das wird zu eng. Nein, das wird zu eng. Ähm. Aber irgendwie muss man das rausschalten können. Und was macht das Alarmsystem überhaupt? Das konnten wir ja gar nicht testen. Ich will es auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich sind es irgendwelche... Dinger hier im Dach oder so. Im Dach. In der Decke. Okay. Da kommen wir nicht drauf. Und da kommen wir nicht drauf. Also wir müssen doch irgendwie nach oben kommen. Da kommen wir auch nicht hoch. Niemals. So, vielleicht. Ah, das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir alles ausgeschaltet. Super. Ja, aber Ani, dann kannst du jetzt kommen. Ich glaube, dann sind wir am letzten, oder? Dann sind wir am letzten. Gar nicht irritieren lassen. Das war's. Das war's. Erledigt. Okay. Erledigt doch den Unterdrücker auf dem Dach. Okay. Nichts, wir rauf aufs Dach jetzt, Gordon. Ja, wo denn? Wo müssen wir lang? Das ist immer toll, dass das... Wow, 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 wow. Da vorne ist noch einer. Okay, wir sind nicht schlecht. Erst mal auf den Dicken. Also damit meine ich nicht seine Körperform, sondern den Dickel verfolgt. Okay, Munition verbraucht, das ist ja klar. Da kommen noch welche. Okay. Noch mehr? Ja, ich hoffe doch nicht. Lass doch mal eben noch mich auftragen. Wo wir gerade schon mal hier sind. 93 Prozent, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ey, du bist so ein Held. Wie ist denn jetzt da hingekommen? Okay. Ja, dann mach mal. Ich bleibe hier und halte diese Tore so lange offen wie nötig. Geh rauf und bring die Brücke rüber. Wir brauchen nach Möglichkeit Verstärkung von überall her. Überall her. Wenn du hier in der Dinger durchkommst, schick sie zu dir rauf. Sie sehen uns demnächst, Gordon. Okay, Raketenwerfer. Schauen wir uns mal um. Ja, das habe ich gesehen. Das Problem ist, haben wir irgendwas zum Werfen? Ich möchte was hochwerfen. Ah, hier sind auch Kisten. Die sind dann noch viel besser. Ach, geht doch nicht da rein, solange das noch aktiv ist. Das ist doch eine Aufgabe für mich. Okay. Hier kommt mit Sicherheit noch mehr. Nehmen wir das andere MG. Das soll mal hier reichen. Wir gehen eher in den Nahkampf. Und da brauchen wir nichts singend. Genau das. Und bevor wir uns jetzt diesem Helikopter entgegenstellen, wenden wir die heutige Folge und sehen uns morgen wieder bei Half-Life 2. Bis dahin.